Halliole Leute, heute zeige ich euch, wie ihr in Animal Crossing New Horizons die Falle bekommt und eure Bewohner und Freunde ein wenig zu trollen und sie danach auszulachen. Wer will das nicht? Jedenfalls, wer die Falle gar nicht kennt, das ist ein Item, das es meines Wissens schon immer in der Animal Crossing Serie gab. Zumindest gab es die damals schon in der Gamecube-Version des Spiels. Damals konnte man die Fallen neben Fossilien und Giroids mit ein bisschen Glück ausbuddeln und dann selber verwenden. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Ich sage euch auch gleich, wie man an die Fallen rankommt. Aber erstmal, was ist der Sinn und Zweck dieser Fallen? Weil natürlich, dass man Leute trollt. Es ist einfach ein Troll-Item, das die Entwickler witzig fanden, ins Spiel reinzutun. Aber die Marika scheint echt nicht sehr amuse zu sein, ne? Egal, die kommt da rüber schon hinweg, weil wenn ihr sagt, das ist einfach nur ein Prank war. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass es die Falle auch in Animal Crossing New Horizons gibt. Ich hatte echt schon bedenkt, dass es die nicht in diesem Spiel gibt, aber sie gibt es doch. Kleine Randnotiz noch. Die Falle wird, wenn sie im Boden drin ist, genauso angezeigt, also durch diese Sternen vorne im Boden, wie andere vergrabene Items. Von außen kann man also nicht wissen, ob jetzt da ein Fossil drin ist oder eine Falle. Und wenn man dann drüber läuft, dann weiß man es. Denn wenn es eine Falle war, dann fällt man einfach hinein. Um dann wieder rauszukommen, muss man einfach nur den Bewegungsdick ein bisschen hin und her bewegen und dann geht die eigene Figur da wieder raus. Die Falle geht dabei aber leider kaputt. Na gut, aber was ihr natürlich wissen wollt, wie bekommt man diese Falle? Dem meisten wird wahrscheinlich bewusst sein, dass man DIY-Projekte mit etwas Glück aus diesen Ballon geschenkt bekommt oder aber durch Flaschenposten am Strand. Hier haben wir sogar einen Ballon. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und da ist das Pfeil-DIY drin. Nope. Aber ein Kirschblütenbonsai, auch nicht schlecht. Aber ja, es gibt halt, keine Ahnung, tausend DIYs oder sowas in dem Spiel. Und diese Ballons trifft man jetzt auch nicht so häufig an, wo DIYs drin sein könnten. Und dann noch so viel Glück zu haben, dass da das richtige DIY drin ist. Schrecklich. Also diese Methode ist natürlich mega kacke dafür. Es gibt aber noch eine andere Methode, um an Fallen ranzukommen. Dafür bräuchtet ihr aber einen Freund. Den müsst ihr zu euch einladen. Und dieser Freund muss bereits eine Falle besitzen. Worum er die her hat, scheißegal. Er muss einfach nur eine Falle besitzen. Dann kommt er auf eure Insel, muss euch diese Falle geben. Und das Tolle bei der Falle ist halt, ihr müsst sie einfach nur vergraben. Und sobald ihr sie wieder ausbuddelt, ohne da rüber zu laufen oder sonst was, bekommt ihr so eine Eingebung und euer Charakter weiß dann, wie er selber diese Fallen herstellt. Also fragt am besten mal bei eurem Freundeskreis rum, ob da vielleicht irgendjemand euch seine Falle leihen könnte. Oder macht das so wie ich und fragt auf dem Animal Crossing Discord nach. Da kostet der Handel zwar meistens ein bisschen, aber für eine Falle kann man das schon mal machen. Alternativ könnt ihr natürlich auch auf meinen Discord kommen. Und dann könnte ich oder irgendjemand anderes auf meinem Discord euch die Falle bestimmt auch so zur Verfügung stellen. Obwohl eine kleine Spende natürlich immer gern gesehen ist. Ding zum Discord in der Videobeschreibung. Was auch noch ganz geil an der Falle ist, dass man dadurch Meilen bekommt. Für das Vergrab kriegt man erstens Meilen. Dann noch, wenn man in eine Falle reinfällt. Und ich glaube, man bekommt sogar noch Meilen, wenn man eine Falle auf einer anderen Insel vergräbt. Aber das konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Aber ich denke, da wird es auch noch eine geben. Naja, wie denn auch sei. Jetzt, wo ihr das Fallen-DIY habt, wollt ihr die Falle natürlich auch herstellen. Und die Herstellung ist denkbar einfach und benötigt nur Materialien, die wirklich gar nichts wert sind. Zum einen vier Unkraut und zum anderen sechs Äste. Unkraut ist halt überall. Gleich von Anfang an auf der eigenen Insel. Und wenn das Unkraut aber noch nicht langt oder man das schon alles verkauft hat, dann gibt es Unkraut ja auch zuhauf auf jeder Meileninsel. Also das sollte keine Probleme geben. Und für die sechs Äste, da hätte ich noch einen Tipp. Statt von Baum zu Baum zu laufen, um zu hoffen, dass da ein Ast runterfällt. Wow, ich kriege einfach beim zweiten Baum ein Wespennest. Ist das dein Ernst? Oh, nimm, ich will doch jetzt nicht gestorben werden. Laut mal ab hier. Naja, jedenfalls. Bleibt einfach an einem Baum dran. Ihr könnt einen Baum so oft schütteln, bis neun Äste runterfallen. Mehr als neun geht nicht. Egal, ob noch um den Baum Platz ist oder nicht. Nach neun Ästen lässt er keine Äste mehr fallen. Aber der Baum lässt endlos Äste fallen. Also bleibt einfach an einem Baum. Dann sammelt ihr diese neun Äste wieder auf, sobald die runtergefallen sind. Könnt wieder an demselben Baum rütteln. Und immer so weiter, bis ihr halt genug Äste habt. Das spart auf jeden Fall mega viel Zeit. Ja, aber soviel zur Falle und diesem kleinen Video. Ich hoffe, das Video hat einigen von euch geholfen und neues Wissen vermittelt. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Denn das würde meinem Kanal wirklich helfen. Ja, und da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Trollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.